Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichten und achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände. Was geht los? Julius! Ich habe den Regenjagg gerade nicht dicht, also ist meine Regenjagg komplett nass. Ja, der Wunder kommt nass. Das Skinshirt kommt nass. Dieses T-Shirt kommt nass. Wir sind jetzt am tiefen Sattel. Es hat sich herausgefunden, dass ein T-Shirt vorbei gefahren ist. Es ist jetzt im Donnerstag in der Früh. Das Leben kommt weit. Wir stehen bei einem Spahn im Bischofshofen und finden den Weg nicht. Es ist Saukart. . . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020